Rein in die Masse Neue Videos und die Glocke klingeln Das ist Twitch am Lümmel Ich hab nix Ich hab die 1 Nein welcher P***er Nein welcher P***er Welcher P***er Oh nein 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 Wie kann man denn so kassieren? Einfach mal auf entspannten Bier reinziehen Ich habe gewonnen Gewonnen So sieht ein Verlierer aus mit ner Glatze Du hast ne Glatze Du hast ne Glatze Sorry Digga hab dem einfach ne Schelle gegeben Bei Gottes Reflex Woher meine Leistung wird sich angehen Schuhe schwitzig kaputt haben Oh oh Das wars So hat er sich zu Glurak weiterentwickelt Digga lost Sidney ist hinter mir Hat noch ein Roter Nein hey forst du Gl振 Was war das was ist das? Hä!? Bruder heääää Ich bin so froh das ich da nicht mitfahre Ich bin so unglaublich schlecht in diesem game Wirklich. Hallo, was passiert mir gerade? Was passiert denn hier gerade? Also wirklich, ich würde durchgehend 12. sein. Ich könnte einfach hingehen, die Subs schon vorweglegen, sagen, hier sind meine 1000 Euro. Nehmt ihr euch, ich brauche gar nicht mitfahren. Jogi Löw ist jetzt nicht mehr Bundesliga-Trainer. Genau, der trainiert die Bundesliga, na klar. Die alte, bei meinem Blight-Date, war meine Stiefschwester. Obwohl, das ihre Mutter. Extrem entspannt, Kevin. Vor allem, das Ding ist mir auch im Nachhinein, also ich hab das ja, wir haben ja den Clip dann im Twitch, nochmal, nochmal, ne? Mal nachgedacht. Wenn du dich mit deiner Stiefschwester kriegst und die Mutter fickst, dann fickst du deine eigene Mutter. Ja, richtig. Es sei denn, es ist deine Stiefmutter. Es sei denn, es ist deine Stiefmutter. Wenn du die Stiefmutter deiner Stiefschwester fickst. Epic Win. Der Arme. Guck mal, wie lange bin ich jetzt am Stream? Vier Stunden. Und Kaido wahrscheinlich, Carsten. Der kaut den nur, wenn du den in der Hand hast? Aktuell schon, ja. Was? Und vorher? Er ist so eingebildet geworden. Also er wird ihn auch ein bisschen kauen so, aber er findet es am besten, wenn ich ihn in der Hand halte. Der Hund ist doch eigentlich immer ultra gierig. Der geht nicht eher an den Schwanz dran, wenn du ihn nicht in der Hand hast. Das ist ja ultra verwöhnt. Also Max, das hat sich ja... Das hat sich jetzt so ein bisschen komisch. Die Stiefmutter deiner Stiefschwester ist deine Mutter. Wenn es aber deine Stiefschwester ist... Nee. Wenn es deine Stiefmutter ist und die ist die Mutter deiner Stiefschwester, kannst du... ...rein legal... ...mit der ficken. Ja. Danke. Stark. Ach du Scheiße, Digga. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Das ist ja ein bisschen so krank. Das ist das nötigste Geschenk aller Zeiten, Digga. Das ist gut, wenn du vierter, fünfter bist du ein bisschen selbst. Oh nein. Oh nein, Latz, oh nein. Dann hast du ja noch einen für den blauen ab, ne? Natürlich. Ey, ich hab nichts anderes, was du aus der Pilze. Und zwölfter. Und Sterne, die Runde. Sonntag. Hans. Gar nicht reagiert. Sascha, heute richtig Trash. Ja, Rubi, heute. Im Gegensatz zu dem ganzen Leben, hä? Lieber einmal Trash dann als im ganzen Leben, oder? Oh, Sascha nimmt das Spiel sehr ernst. Du das. Hm, mein Lieber. Noch was im Chat, Rubi? Noch was im Chat, oder was? Willst du noch mal schreiben? Oh, das finde ich heute Feierabend. Komm. Ganz heute frühe Schluss machen. So gut! So gut! Ich verstehe wirklich nicht, warum Leute immer denken, dass insgesamt nicht koksen. Ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt. Ich bin mit dir! Oh, nee. da war aber jetzt dabei aber jetzt dass das ding zettel habe ich mit gegessen man kann actually was verbietet euch in der gesellschaft was verbietet euch in der gesellschaft eine paprika so zu essen wie ein apfel was was verbietet euch was verbietet euch gar nichts gar nichts es ist absolut intelligent es ist absolut intelligent man kann man kann perfekt um die kerne rum essen und um das helle mann mann nein man beißt die kerne nicht guck man weiß einfach drum herum manchmal ist man vielleicht ein paar kerne mit aber ist auch nicht schlimm wenn ich es jetzt mit ich schluck die runter tut weh im hals es ist nicht verfassungswidrig eine paprika so zu essen ich sehe ein bisschen aus wie eine missgeburt gerade gerade alter gerade junge kevin tut das wirklich nicht gut fett einen reingedübelt in meinem arsch wächst ein paprikabaum ich freue mich drauf und dann habe ich zu ihr gesagt such bitte den krankenwagen sie wusste halt nicht die nummer hier in spanien ich dachte mir okay 112 wird schon sein oder 110 da habe ich eins sein rose ist immer 991 ist eigentlich mal immer 991 danke darf der erwerb quasi fast mit davon er wäre die mensch wäre fast von der kong die max wäre kommen davon die max wäre fast von damit sie was für ein dummer idiot max wäre fast damit davon gekommen holi shit alter was war das denn gerade junge so ein trottel war jung ich habe so viel mit den rechten hat gesmashed dass ich kaum noch für mich gewichst dass ich kaum noch kann alter ich bin voll wenn der rechte abend tut komplett weh inzwischen ist der gw einfach nicht lustig chat einfach nicht lustig einfach nicht lustig das ist richtig angenehm ich weiß nicht ob ursprünglich mal die plano war ist halt wirklich greenscreen zu nutzen dann hier halt noch irgendwas laufen zu haben aber irgendwie halt nicht ne ich steck so viel schwanz in die hose hat dein maul revendzeit